Willkommen in der Galerie der KHG, katholische Hochschulgemeinde Unipfahre Salzburg, zum virtuellen Rundgang der Ausstellung Tributo alla Zappa. Anlässlich des 80. Geburtstags von Frank Zappa am 21.12.2020 gab es einen Open Call, also einen offenen Aufruf, sich mit Kunstwerken in der Annäherung an Frank Zappa zu beteiligen. Es ist eine kleine, feine Ausstellung zusammengekommen und ich freue mich, dass man diese jetzt online besichtigen kann, auch wenn die Räume der Galerien der KHG noch nicht geöffnet sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.